Was war der Plan des Schurken? Wie hättet ihr gehandelt? Welche Stelle in diesem Fall ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Jede Woche analysieren Ivo und Mark einen weiteren Fall der legendären drei Detektive aus der kalifornischen Kleinstadt Rocky Beach. Dabei werden verstaubte Akten veröffentlicht und Dogeglücken offenbart. Wolltet ihr schon immer wissen, warum Justus bei Onkel Titus und Tante Mathilda wohnt und was hat Alfred Hitchcock mit den drei Fragezeichen zu tun? Für alle Zuhörer, die diese und viele weitere Fragezeichen beantwortet haben wollen, empfehlen wir unsere Sonderfolge Null. Für Feedback auf Instagram sind wir immer dankbar. Ihr findet uns unter Rocky Beach Weekly. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.